Wenn ein Index in den letzten Tagen gezeigt hat, was alles nach oben geht, dann ist es offensichtlich der DAX. Er rennt und rennt und rennt und erkennt kein Halten mehr. Ich warte ja auf den Rücksetzer, aber es gibt null Anzeichen dafür, dass diese loslegen. Also das mag vielleicht ganz logisch sein, dass früher oder später ein Rücksetzer kommt. Zu sehen ist er noch nicht und dabei kann man fast auf jede Zeitebene gehen. Im Tagesschart sowieso nicht. Ihr seht, wir haben hier mit einer kleinen Ausnahme fast ausschließlich seit Dezember, also den ganzen Januar über, höhere Tagestiefs. Wie gesagt, eine kleine Ausnahme hatten wir ja am 6. Ansonsten alles steigende Tiefs auch noch und weiterhin steigende Aufwärtsbewegungen. Jetzt vorm Wochenende so ein bisschen schwächelnd, aber was heißt schwächelnd? Sowas hatten wir zwischendurch mal so ein bisschen Pause, ein bisschen ruhigere Tage. Also heute nicht mehr ganz so stark gestiegen. Das Tagesende kommt ja nun bald. Aber wer will es ihm verdenken nach so einem Anstieg? Wer noch long ist, es gibt keinen Grund jetzt irgendwie massiv schließen zu wollen oder zu müssen. Es gibt zumindest kein Anzeichen dafür. Es gibt die Chance für einen baldigen Dreh. Ich hatte das vor einigen Tagen, bevor ich mich auf Reise gemacht habe, mal angedeutet, hier so ungefähr in diesem Bereich, der geht vielleicht noch hoch bis 15.338, wenn man es jetzt ganz pingelig genau nehmen will. Aber so um den Dreh, da hat der Kurs eine realistische, sehr realistische Chance für einen Dreh. Okay, aber machen wir uns nichts vor. Es gibt auf Tagesebene null Anzeichen. Wie sieht es im Intraday-Chart aus? Vier-Stunden-Ebene ebenfalls nicht. Klar, zwischendurch mal ein kleines Päuschen, aber noch keine Anzeichen. Wer jetzt also long ist, der zieht einfach seinen Stop hinterher. Da gibt es verschiedene Methoden. Wir haben sie ganz häufig schon erwähnt, deshalb nur ganz kurz nochmal in Erinnerung gebracht. Zum Beispiel so ein super Trend, zum Beispiel Parabolik. Solange der Trend läuft, einfach mitlaufen und sagen, ist doch super. Und wenn er dann wirklich dreht, freut ihr euch über das, was ihr bis dahin vereinnahmt habt und alles gut. Wer noch nicht drin ist, ich persönlich bin kein Freund des späten Einstiegs. Kostolani hat früher mal gesagt, und ich bin jetzt kein Kostolani-Anhänger, nicht, weil er Falsches gesagt hat, sondern weil er mehr auf Investor-Ebene ist und ich ja mehr auf der Trading-Ebene unterwegs bin. Aber einer Straßenbahn läuft man nicht hinterher. Und gerade an der Börse gibt es genügend Straßenbahnen, hätte ich fast gesagt. Gelegenheiten gegebenenfalls wieder neu einzusteigen. Also wenn ihr irgendwo eine Chance mal verpasst habt, wartet, geht dann nicht hinterher und sagt, ja, dann mache ich halt jetzt noch. Das wird häufig bestraft. Auch deshalb, weil ihr die Gestaltung eures neuen Trades, wenn ihr jetzt noch einsteigt, nicht mehr so lukrativ, nicht mehr so effizient vornehmen könnt. Ihr erinnert euch an die Situation Chance, Risikoverhältnisse, Risk Management und so weiter. Also insofern ist das jetzt nicht mehr so richtig attraktiv einzusteigen. Wohlwissend, dass es natürlich auch noch ein bisschen weiter steigen kann. Aber die Erfahrung sagt, das lohnt sich typischerweise nicht. Wenn ihr unbedingt einsteigen wollt auf der Long-Seite, wartet auf irgendwelche Rücksetzer. Im Zweifelsfall im kleinen Chart, dass ihr sagt, wenn ich mal einen dreiwelligen oder korrektiv anmutenden Rücksetzer, also irgendwas, was ganz klar Korrektivmustercharakter hat, nach unten habe, dann kann ich mich nochmal nach oben triggern lassen. Dann habe ich ja auch entsprechende Stops. Im Kleinen könnte das in etwa so aussehen. So eine A, B, C beispielsweise. Vielleicht sogar, das würde ich gar nicht so außergewöhnlich finden, so ähnlich groß wie das, was wir hier haben. Wenn sich hier mal sowas ergibt und der Kurs dann zum Beispiel, na idealerweise waagrecht, diese Marke dann nach oben nochmal durchstoßen wird, dann ist die Chance natürlich schon relativ groß an dieser Stelle, dass wir dann auch das hoch nochmal durchstoßen und ein gutes Stück weiter laufen. Wie viel weiter, ist allerdings bei solchen Späteinstiegen immer sehr schwer zu sagen. Typischerweise, naja, so ein Fünfweller, hätten wir dann auch schon so halbwegs fertig und damit wäre auch diese gesamte Aufwärtsbewegung, die ja auch schon so halbwegs was Fünfwelliges hat hier, durchaus dem Ende entgegen und dann käme eine Ebene größer vielleicht die nächste Korrektur. Also für die längerfristigen unter euch, das wäre etwas, was ich abwarten würde im längerfristigen Bild. Für die kürzerfristigen natürlich ohne Probleme vier Stunden Chart oder 15 Minuten oder noch kürzer, wenn ihr da entsprechende Verhaltensmuster seht, dann entsprechend nutzen. Jetzt Short gehen, also auf gar keinen Fall, auch wenn ich diesen Rücksetzer erwarte, wir gehen nie früher, als es tatsächlich losgeht. Natürlich verpasst man dann immer ein bisschen, aber wer will denn an der Stelle jetzt Short gehen? Für einen Short müsste das für mich so aussehen beispielsweise, egal wie lang, das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob das, ne, genau so nicht, das sieht zwar buntig aus, ob das so aussieht, ob das so aussieht oder von mir aus, ob das so aussieht. Also in welchem Chartfenster, das könnt ihr euch raussuchen, welche Zeitebene ihr am liebsten handeln wollt oder könnt, wie aktiv ihr sein wollt, wenn es eine starke Bewegungsrichtung gibt. Und jetzt, das ist ganz wichtig, als nächstes etwas Korrektives hier folgt. Irgendwie was Korrektives hier folgt. Oder von mir aus auch dreiwellig Korrektiv hier folgt. Das sind alles typische Anzeichen dafür, dass es nach oben eher Korrektiv, also eher eine Pause ist. Und wenn dann danach, und das ist die dritte Bedingung, diese Zwischentiefs durchstoßen werden, diese Zwischentiefs, das sind dann meine entsprechenden Short-Einstiege. Also ich finde Short durchaus super. Ich finde die große Größe, die ich jetzt hier gezeichnet habe, die stelle ich mal in Frage. Das ist nicht mein favorisiertes Bild, kann aber passieren. Das stört mich aber nicht, weil wenn das passiert, weiß ich ja wieder genau, was ich machen soll. Und auf dem Weg darunter, wer jetzt sagt, das habe ich aber dann verpasst. Nee, das seht ihr ja im 15-Minuten-Chart, könnt ihr schon Teile daraus handeln. Denn unter der Lupe sieht diese Bewegung dahin ja auch in irgendeiner Form mit irgendwelchen kleinen Unterbrechungen. Ihr seht das, das ist immer wieder drin. Habt ihr diese Verhaltensmuster natürlich ebenfalls. So, aber aktuell keine Ansicht oder keine Erkenntnis, was das angeht. Wie sieht es aus beim amerikanischen Markt? Da haben wir schon angedeutet, eigentlich wäre das mein favorisiertes Bild. Dann müsste der Kurs hier so langsam, aber sicher drehen. Und wer jetzt sagt, sie ist da völlig falsch. Ja, ist aber nicht schlimm, weil Trigger ist ja die Unterseite. Das ist wichtig. Nicht einfach hier oben blind links und sagen, ja, finde ich auch super. Ich mache schon mal vorauseilend. Immer auf die anderen nochmal gucken, was die anderen tun. Also die Unterseite wäre hier das Zwischentief, der mögliche Trigger, beispielsweise hier was zu tun. Für uns aber jetzt heute vielleicht der Fokus eher auf dem kürzeren Chart, zum Beispiel 5-Minuten-Chart heute Nachmittag. Wenn wir mal gucken, 15.10 Uhr war das jetzt hier. Toller, deutlicher Anstieg. Sogar steiler, als ich ihn gezeichnet habe. Wenn jetzt im Nachmittag, für all diejenigen, die heute Nachmittagabend nochmal aktiv werden sollen oder wollen, so eine Bewegung kommt, die korrektiv aussieht. Also einfach mehrfach hin und her mit Überschneidungen oder von mir aus auch nur A, B, C. Wie groß sollte die Bewegung sein? Messt vom tiefsten Punkt zum dann höchsten Punkt. Im Moment ist es der. Ich mache es mal größer. Im Moment ist das hier das Niveau. Dann habt ihr hier die Fibonacci-Marken und ihr könnt ganz grob euch überlegen, die klassische Zielzone für so einen Rücksetzer, dreiwellig oder mehrwellig, wäre ungefähr in dem Bereich. Ist es kürzer als das, also höher als das, ist es vielleicht noch nicht fertig, die Korrektur. Ist sie tiefer, dann ist es vielleicht doch eine komplette Fehleinschätzung, denn tiefer sollte es nicht unbedingt gehen. Und wenn dann dieses getriggert wird, long. Oder wenn dann dieses getriggert wird, dann long. Triggern, nichts anderes, als wenn er da nochmal durchgeht. Also nicht das alte Hoch ist relevant, sondern dieses Zwischenhoch wäre die entsprechende Triggermarke. Also, für alle Kurzfristigen unter euch, ich finde das, was wir hier haben, starke Aufwärtsbewegung, sehr schön. Ich bräuchte jetzt eine schwache Gegenwehr. Das fände ich super. Nicht zu klein, nicht zu groß, wie man es messen kann, habe ich euch gerade gezeigt. Das wäre der Trigger und das wäre dann entsprechend die Idee, die da zu traden ist. Der Stop, viele von euch wissen das, wie wir die Stops dann in etwa setzen. Also machen wir es mal sehr einfach. Wenn das jetzt ungefähr so aussieht, wie gesagt, das müssen wir dann sehen, ob das das hoch bleibt. Und dieses Muster dann so passiert. Das wäre der Einstieg, das wäre der Stop und diese Länge nochmal nach oben. Das wäre das Target. Und ihr seht, der Vorteil der Geschichte ist, ich habe bei dieser Idee mehr auf der Gewinnseite als auf der Verlustseite. Und wer mich jetzt ein bisschen kennt und sagt, Mensch Rudiger, dein Stop liegt doch nicht da unten. Die Profis wissen, ich messe von diesem tiefsten Punkt bis zu meinem Einstieg Fibonacci und ich lege meinen Stop sehr, sehr gerne hier hin. Das ist nicht immer optimal. Es ist aber ein kleiner Vorteil nochmal im Chance-Risiko-Verhältnis, aber wenig Nachteil in der Trefferquote. Denn meistens, wenn er dann hier durchgeht, geht der Kurs anschließend nicht mehr hier runter, wenn er vorher hier in dieser blauen Box war. Klingt ein bisschen kompliziert, wenn man es fünfmal gemacht hat, sagt man sich, das ist ja easy. Aber tatsächlich etwas, was ich sehr attraktiv finde. So habt ihr jetzt eine sehr einfache Idee, ob der Kurs das jetzt hier macht. Keine Ahnung. Was kann er noch machen? Variante 1, er macht das. Ja gut, dann kommt das halt später im entsprechenden Ausmaß. Gleiche Idee. Oder er macht jetzt das. Ne, das. Ja, dann nicht long. Warum nicht? Er ist ja nicht korrektiv. Und sowieso viel zu niedrig dann hier runter. Dann kann ich aber umgekehrt wieder sagen, wackele ich hoch, gibt mir das Gleiche nochmal in die Abwärtsrichtung hier. Also die Idee bleibt die gleiche. Und was ist, wenn er jetzt hier irgendwie sowas macht? Dann habe ich keine Ahnung und gucke ich mir was anderes an und trade in dem Moment was anderes, bis die wieder in der Lage sind, mir ein ordentliches Bild hier zu zeichnen. Das könnte, das andere könnte zum Beispiel beim S&P sein, wobei das Bild hier relativ ähnlich ist. Was den Anstieg angeht, gefällt er mir allerdings beim Dow besser. Der ist etwas sauberer, deshalb würde ich den Dow lieber handeln, was das angeht jetzt. Den S&P habe ich jetzt nicht auf meiner Liste und auch den Nasdaq habe ich für heute Nachmittag nicht auf meiner Liste. Warum nicht? Weil das hier, diese Bewegung, eher dreiwellig bisher aussieht. Das heißt, ich habe sogar den halben Verdacht, wenn er hier nochmal durchgeht, dass es noch weiter nach unten geht. Ist nur die Frage, ist das die zweite Welle? Sprich, ist das die erste Welle? Ach nee, der kam von hier. Also ich habe keine Klarheit, wie tief das geht. Aber spätestens, wenn das hier passiert, eher noch weiter abwärts das Ganze zu handeln und nicht eher aufwärts. Also Nasdaq noch nicht so richtig toll unterwegs, aber er kann sich ja natürlich auch noch ein bisschen weiter nach oben wackeln. Das geht natürlich auch. Also deshalb, der schönste dieser drei Amerikaner ist jetzt YM. YM ist der Dow Jones Future. Sprich, wenn ihr ein Dow Jones-Kontrakt drauf handeln wollt, wäre das meine Lieblingswahl aus dieser Richtung. Die anderen finde ich im Moment zu unsauber, um aus diesem hier im Nachmittagshandel noch irgendwas zu tun. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen Inspiration ist im Konkreten mit den Titeln, die ich jetzt hier gezeigt habe. Aber auch im Allgemeinen, dass ihr das vielleicht für euch so anwenden könnt, auch auf eurem Wunschmarkt. Das könnte ja auch eine Währung sein, könnte eine Einzelaktie sein. Das Prinzip bleibt ja immer das Gleiche. Euch jetzt erstmal alles Gute. Ein wunderschönes Wochenende. Vorher nochmal ein paar tolle Gewinne. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao. 5. 6. 9.